Wohin gehen wir? Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Wir haben nicht genügend Holz, mein Lord. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Der Bergfried ist komplett. Wir benötigen mehr Holz. Wir benötigen Holz. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden dahin, euer Gnaden. Wir haben da oben. Wir sind wieder folgen. Wir haben das Leben. Das war's für heute. Die Holzvorräte sind zu knapp, Sire. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Wir benötigen Holz. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Das war's für heute. Allzeit bereit. Wir rücken ab. Das war's für heute. Es sind nicht genügend Arbeiter vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Wir benötigen mehr Holz. Ihr könnt das nicht dort platzieren, mein Lord. Es werden Waffen benötigt, Sire. Achtung! Wir werden überfallen! Sire, im Laufschritt! Eine Nachricht vom Kalifen. Mein Sieg ist nahe! In der Wüste wird Blut fließen. In der Wüste wird Blut fließen, noch ehe der Tag zur Neige geht. Waffen geschultert! Jaha! Die sind so gut wie tot! 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 Eine Nachricht vom Kalifen! Seht euch vor, Ritter! Seht euch vor! Und das? Die sind so gut wie tot! Die sind so gut wie tot! Die sind so gut wie tot! Gebeutete in Flammen, Sire! Eure Beliebtheit sinkt! Ja, Herr! Es werden Waffen benötigt, Sire. Der Kornspeicher ist leer, Sire! Was wünscht ihr? Was gibt's? Wir haben keine Chance! Ja, hör! Ja? Bewegt euch, Hunde! Eine Nachricht vom Kalifen! Ah! Ihr strapaziert meine Geduld! Ich werd euch zermalmen! Es werden Rekruten benötigt, Sire! 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 Eure Verbündeten! Der Lager ist voll, my Lord! Eure Verbündeten! Eine Nachricht von Richard Löwenherz! Der Duft des Sieges liegt in der Luft, mein Freund! Es werden Waffen benötigt, Sire! Eine Nachricht von Richard Löwenherz! Eure Versorgungskarawane ist eingetroffen! Ich danke euch, my Lord! Und... Marsch! Manchmal hilft nur Muskelkraft! Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord! Achtung! Ja, Herr! Es werden Waffen benötigt, Sire! Ja, Herr! Wir werden über... Es werden Waffen benötigt, Sire! Eine Nachricht von Richard Löwenherz! Uns mangelt es an folgenden Nahrungsmitteln! Könnt ihr Nachschub beschaffen! Euer Gnaden! Eure Verbündeten! Na endlich! Den ganzen Weg? Wie können wir helfen? Eure Verbündeten! Eine Nachricht von Richard Löwenherz! Ich bin auf dem Weg! Euer Gnaden! Wir werden überfallen! Wir werden überfallen! So gut wie erledigt. Katapult bereit. So gut wie erledigt. Katapult bereit. Flugbahn ist berechnet. Triebassen der Lagerungszeit ist bereit. Was gibt's? Ja, hör. Die sind so gut wie tot. Für dieses Gerät brauchen wir mehr Baumeister. So gut wie erledigt. Bewegung, los! Auch ins Getümmel! Bewegt euch, Hunde! Bewegung, na los! Eine Nachricht vom Kalifen. Ich werde es euch schon zeigen, Ungläubiger. Gebt uns eine Aufgabe. Niedergeschlagen. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Gute Arbeit, mein Lord. Wir sind zutiefst beeindruckt von eurer Leistung. Die Waffenkammer ist voll, mein Lord. Eure Verwündeten. Achtung! Es werden Waffen genutzt, Seier. Ja, Herr! Achtung! Ja, Herr! Es werden Waffen benötigt, Seier. Musik Es werden Waffen benötigt, Sire. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Uns mangelt es an folgenden Nahrungsmitteln. Könnt ihr Nachschub beschaffen? Ihr seid der zweitgrößte Herrscher. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Dies sind schreckliche Zeiten, mein Lord. Ihr werdet all euren Mut aufbringen müssen in diesen Tagen, die vor uns liegen. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Uns mangelt es an folgenden Nahrungsmitteln. Könnt ihr Nachschub beschaffen? Eure Verbündeten. Manchmal hilft nur Muskelkraft. Was wünscht ihr? Ja, Herr? Achtung! Es werden Waffen benötigt, Sire. Wie können wir helfen? Wir werden überfallen! Wir werden überfallen! Na endlich! Auf ins Getümmel! Und los! Eine Nachricht von Kalifien. Seht euch vor, Ritter! Seht euch vor! Vorwärts! Sire! Gebäude stehen in Flammen. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Uns mangelt es an folgenden Nahrungsmitteln. Könnt ihr Nachschub beschaffen? Eure Verbündeten. Eure Verbündeten. Was geht das? Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Ich bin auf dem Weg. Den ganzen Weg? Bereits! Eure Lordschaft! Ja, Herr? Es werden Waffen benötigt, Sire. Ja, Herr? Konstruieren Belagerungsgeräte! Konstruieren Belagerungsgeräte! Die Gebäude stehen in Flammen, Sire! Konstruieren Belagerungsgeräte! Ja? Den ganzen Weg? Manchmal hilft nur Muskelkraft. Katapult wird bewegt! Was wünscht ihr? Eine Nachricht von Kalifien. Mein Sieg ist nahe! In der Wüste wird Blut fließen, noch ehe der Tag zur Neige geht. Dein Weg! Was gibt's? Bewegt euch, Hunde! Wacklich wie ein Kaltenhaus. Ein erträglicher Ausverlust. Wir benötigen Pech! Eine Nachricht vom Kalifien. Seht euch vor, bitte! Seht euch vor! Schild bereit! Eure Landschaft! Die Ball hilft nur Muskelkraft! Die Gebäude stehen in Flammen, Sire! Achtung! Ladet nach! Die Gebäude stehen in Flammen, Sire! So gut wie tot! Und los! Im Laufschritt, Sire! Waffen geschultert! Bewegung! Los! Rebox! Bereit, Sire! Eure Landschaft! Ja, Herr? Wir genötigen Steine. Das Vieh ist bereit. Eine Nachricht vom Kalisier. Na, ihr Störer passiert meine Geduld. Ich werde euch zermeinen. Zur Stelle. Eine Nachricht von Richard Löwenhans. Der Duft des Sieges. Eine Nachricht von Kalisier. Ich werde es euch schon zeigen, Ungläubiger. Eine Nachricht von Richard Löwenherz. Untertitelung des ZDF für funk, 2017